Oh Beutel, Alter. Schieß wütig. Jetzt kannst du den Rucksack nehmen und die Wester. Aber die Vaseline kannst du keiner leisten. Sonst musst du ja bei den Ibuprofen eine Pulle Wasser mitschleppen. Ja. Geil hier. Oh, hier ist geiler Stash, ne? Halt Matze, zurück. Jetzt geh mit dort hier, ordentlich. Matze, Rucksack ran, sonst erschieße ich dich. Achso, bist du das hier unten? Ich geh zum Stash. Da, sorry. Danke. Ich hab's fast vergessen, Alter. Na gut, dass du's gesagt hast. Oh nein, ich hab's trinken vergessen. Ich hab auch bloß noch 10 Milliliter oder was weiß ich, was das für eine Maßeinheit ist. Tja, dann müssen wir gleich zum Ressort rennen, oder? Eigentlich ja, ne? Wir wollen ja Stump machen. Mhm. Aber ich hab keine Taschenlampe mit. Aber wer? So. Wo seid ihr? Ich bin vor der Straße. Ich bin über der Straße. Ah, ich hör euch. Klette. Ey? Ey, jetzt hab ich einen Tropfen auf den Arm gekriegt, irgendwie. In echt. Hat sich so angefühlt. Ey, das war jetzt komisch. Da fängt der Immersion hier. Ja. Wollen wir hoch zum Sendemast? Ja. Die Lootwache. Lootwache. Aber da ist auch ein Spawn hier. An dem Punkt direkt. Muss man auch passen nicht, dass oben einer wartet. Zum Semmel. Zum Semmelhorst. Der wird weggesemmelt. Zum Sendespaß. So, wer will? Ne, mach. Ich hab schon was gelootet. Da muss Beutel. Da muss Beutel rein. Na hier, komm mit. Wer hat sich wieder abschaffen. Hier im Gebüsch. Wo ist er? Weggerannt. Was? Achso, ich renne Benji hinterher. Falsch in der Herkunft. Wo ist denn der? Wo bist du denn? Ah, hier. Ne. Hier, in dem Gebüsch. Außerhalb. Da liegt... Ich bin außerhalb. Quatschenbreit. Der Bisch liegt hier rum. So. Wo bist du denn Beutel? Na, wahrscheinlich an der Hand. Ah, hier. Da, komm. Komm, hier. Hier in dem Gebüsch. Ist hier so ein verbuddeltes Fass. Oh, Zucker. Boah. Super. Da kommt der Futterneid schon wieder auf. Aber, ach. Wir haben ja vorhin schon festgestellt. Also, Benji ist auch wohlhabend. Aber ich bin ja stinkreich. Aber trotzdem hast du irgendwie immer noch... Man will mehr, mehr, mehr. Wo seid denn ihr? Wir liegen ja drinnen. Auf dem Compound. Achso. Ich lauf schon weiter. Ja. Und im Ressort schießen sich schon unter die Köpfe ein. Ja. Hast du es nicht gehört? Ich hab's auch gehört. Hast du keine Kuppe gehört? Doch. Oh, es ist spiel so leiser. Ich hab's. Deswegen... Das ist es ja. Ich hab's schon laut. Und euch auch. Aber wenn ich's noch lauter mache, platzen mir dann die Trommelfälle. Oh, es ist tot. Oh, es ist tot. Oh, es ist tot. Oh, es ist tot. Ich muss mal schnell nachladen. Mhm. Den hab ich schön Noskop in die Fresse geschossen. Mach's auch fix. Oh, das könnte es mal dauert mit dem Magazin anladen. Das 60er, Alter. Das ist... Da wächst ja immer Bart. Ja. Ja, voll. Voll. Okay. Donnie. Decker, guck mal nach links. Geh mal hinterher. Wo kam der denn her? Wo? Oh scheiße. Scheiße, Granate. Ich bin tot. Ich hab mich selber getötet. Aber ich glaub ich hab den Typen mit weggepickt. Es waren drei Typen. Wir waren in erster Zeit scheiße um die Zeit. War gut, dass du das gesagt hast. Geh mal nach links gucken. Aber da kam der schon angerannt. Achso. Schade, ich dachte ich hätte ihn noch mit umgeniedert. Aber ne. Ey, aber ich hab komischerweise... Ja, Köln ist ein Bär und ein Jusek. Ich hab zwei Typen von denen mitgenommen. Da hab ich's doch gewusst. Da war eine Vaseline mit... Äh, wo sind wir denn? Achso, hier. Wir müssen hier ein Lübber zu. Ja. Aber ihr wisst schon, dass da raus muss, ne? Ja. 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 Und Kärb. Da ist noch einer. Ja. 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 Okay. Ja. 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 Ich bin oben, kommt. Wie weit oben? Na, an der dritten. Ich geh bitte nach links abdecken. Ab. Ab. Okay. Ja. Die Masse hinterher. Kann er hinten stehen noch Kampel. Ja. 306 hier. Ja. Na ja, noch. So, ich hab aufgeschlossen, Beute. Was musst du hier machen? Ja, irgendwas neben hier am Fenster liegt das, glaube ich, auf dem Fensterbrett. Ist das am Fenster? An dem anderen, am Fensterbrett. Na ja. Oh, meine geliebte Seifer. Oh, meine geliebte Seifer. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ich hab keinen Rucksack mit. Was? Ich hab keinen Rucksack mit. Kann jetzt nicht wahr sein, der Kerl. Nehmt ihr die. Hier. Also das. Okay. Dann geht vor. Da oben rumhängen. Da oben rumhängen. ja er ist oben ja ich glaube leider keine sicht gehen wir gegenüber ok nein bin ich aber ich hänge unten am felsen jemand der oben hängt ja da latsch da oben spazieren ich weiß es doch ich hab gerade gesehen hat er hat sich wohl irgendwie verpisst der qualmkast dahinten aber ich weiß nicht es sieht nicht grün aus hast du stehst du am bunker nee an dem pylon hier strompylon in der matze rockpassage ist zu ok dann können wir gleich Richtung tunnel rennen brennen wir außen am rand lanke auch auf jeden fall noch für den süd ja gönnt euch ja du kennst halt die lösstelle hier vorne banshee wo warst du hier in die büscher ja noch eins weiter matze wo bist du ich bin hier noch in dem büsch hinter euch was sagst du ich bin hinter euch schöne weste mit vielen taschen gefunden da kannst du dir auf jeden fall meinen rucksack geben na dann da kannst du nicht alles andere in die weste reinpacken dein gebäude, dein rucksack ich renne hier immer hier oben lang dann am berg oh da ist einer was heißt wo wo denn ich bin tot von wo denn hab ich dich jetzt erschossen benji wahrscheinlich oh beudel alter schieß wütig alter jetzt kannst du den rucksack nehmen jetzt kannst du den rucksack nehmen ja ja beudel alter warte ich komm runter nicht dass du mich abknallst wie konnte das denn passieren hä ich dachte du warst die ganze zeit neben dir im buch nee wird dann weitergelatscht da ist einer bum bum sorry benji alles gut ey das arme schwein heute so oft gestorben dann nimm sein zeug mit und dann immer da ist einer auch nicht hilfreich hätte sie gesagt irgendwie links am felsen oder so dann hätte benji vielleicht sagen können ja ich bin das oder sowas das müssen wir uns echt angewöhnen da ist einer das kacke das ist richtig das bringt uns nicht weiter also auch so weit vorne warst du eigentlich auch wieder nicht fertig also man sieht es ja du liegst ja direkt vor uns scheiße das kriege ich da nicht rein so ich habe deine body armor noch mit ein einziger flicken teppich nee geht noch kurz hier im busch halten sagt die zeit 33 ok wenn du vielleicht ein paar nachzügler von vorne vom dorf kommen das geht es vielleicht bist du das ich bin gerade auf dem stein gelaufen ahja ok ok ich bin gerade fertig ja ich auch ich bin gerade auf dem weg so ich bin gerade hier